Wenn wir heute gewonnen hätten, hätten wir uns ein bisschen absetzen können von den Abstiegsplätzen und dem Relegationsplatz. Das Unentschieden heute bringt aber beiden Mannschaften nichts. Sowohl Kiel bringt es nichts, als auch Sandhausen. Und wenn man das Ganze betrachtet und die Fehler von Kiel mit hinzunimmt, kann man unter strenger Beurteilung trotzdem sagen, dass das 2-2 in Ordnung geht. Also für beide Mannschaften. Kiel ist ja relativ früh in Führung gegangen, hat die Anfangsphase auch super dominiert und Pichler hat das auch super genutzt und hat uns in Führung geschossen. Bloß das Problem ist, da passt du einmal nicht auf, hast Sandhausen, die bis zu dem Zeitpunkt nicht ein einziges Mal vorne irgendwie was gemacht haben, lässt du die einmal umgedeckt und auf einmal steht es 1-1 und du weißt nicht woher. Und auf einmal ist Sandhausen mitten im Spiel und traut sie auch mehr. Mit dem 1-1 ging es dann in die Pause. Bloß, was mich persönlich aufgeregt hat, Kiel lässt sich immer verunsichern, lässt sich zu sehr in Fehler reintreiben, in dumme Fehler reintreiben. Gut, das 1-2 für Sandhausen war ärgerlich. Der Ball ging gegen die Latte, dann geht er nach links, am besten noch einmal über das ganze Stadion, links, rechts, Billard. Es ist brutal, dann schalten wir einmal die Köpfe kurz ab und auf einmal steht es 1-2 für Sandhausen. Ob es verdient war oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir hatten davor so viele Chancen, Bartels hatte Chancen, unsere Stürmer hatten Chancen. Wir hatten so viele Chancen, wir hätten 3-1 führen können, wenn wir es gewollt hätten oder wenn wir es einfach mal hinbekommen hätten und einfach mal zusammenzureißen. Und das 2-2 für uns ist auch sehr glücklich gefallen, wenn der Torwart nämlich den Ball besser festhalten kann, kommt Skripski gar nicht dazu. Erstmal Glückwunsch an ihn, dass er mal wieder ein Tor schießt, freut mich für ihn. Aber trotzdem, es wäre gar nicht diese Situation entstanden, wenn der Torwart einfach nochmal festgehalten hätte, den Ball. Und es ist ein sehr glückliches Tor. Hinten raus waren wir natürlich wieder besser, hinten raus haben wir mehr gepusht, wir haben mehr riskiert. Sandhausen hat sich eigentlich nur noch mit Foulspielen und gelben Karten im Spiel gehalten. Aber letzten Endes bin ich einfach nur enttäuscht, dass wir nicht gewinnen konnten und dass wir uns nicht absetzen können. Der Abstieg ist immer noch ein Thema und ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte nicht mit meinen Stürchen absteigen. Ich möchte nicht in die 3. Liga zurück. Ich sage es euch ganz ehrlich, wie es ist. Und ob die Talks dann auch noch weitergehen werden, das kann ich euch nicht sagen. Weil was bringt es mir, Talks zu Spielen zu machen, die ich nicht mal angucken kann? Und 3. Liga ist normal nichts. Also da sieht man nichts, vielleicht mal in einer Sportschau. Aber was bringt mir das? Ihr wollt die Situation, ihr wollt die Talks gleich haben. Ihr wollt nicht 5 Stunden später erst das Video haben. Und deswegen hoffe ich, dass die Rückrunde besser wird, dass wir uns einfach mal am Riemen reißen. Und ein Spiel ist ja glaube ich noch dieses Jahr. Diese Saison ist einfach, sie macht im Moment keinen Spaß und im Moment ist es sehr traurig. Und ich hoffe sehr, dass wir den Abstieg vermeiden können. Aber hoffe erstmal, dass wir eventuell das letzte Spiel des Jahres nochmal erfolgreich bestreiten können und die 3 Punkte mitnehmen können. Und ich hoffe sehr, dass wir das letzte Spiel des Jahres wiedersehen können.